Der World Yoga Day 2013 steht im Sinne von Recht auf Nahrung. Natürlich wünschen wir uns das alle global zu essen haben. Aber mir geht es dieses Jahr auch darum, diesen Fokus für uns persönlich zu klären. Was ist Nahrung für uns? Ist Nahrung wirklich nur ausschließlich die physische Nahrung? Oder ist Nahrung auch eine Nahrung auf anderer Ebene? Das heißt sowas wie zum Beispiel Freundschaften. Oder dass wir uns gegenseitig helfen. Und ob das nicht die Nahrung ist, die uns letztendlich im Leben weitergehen lässt. Ich bin ein rhizometer als Mensch. Die Nahrung ist eine Nahrung. Und wenn ihr das nicht seid. Die Nahrung ist eine Nahrung.